Warte mal, schlag dich mal an da ein. Siehst du mich nicht auf der Karte? Noch. TS drauf, einer. Und dann war's. Auch schon. Ja, wir sehen aber noch nix. Boah, das Wetter soll sich mal bessern. Wen hat denn der getötet? Irgendwas da. Ach, da hat er eh nix von Bambi bestimmt. Ja, glaub ich auch. Seriki Okun ist hier. Kenn ich aber nicht. Kenn ich auch nicht. Hat nur Magdea. Ne, mach neun. Da läuft ein Bambi rum. Schlag mal, Bazo-Käse. Da helf ich dir mal. Ich hab bestimmt einen im Flug getroffen. Ja, wär ich früher rausgerannt, hätt ich einen snipern können. Klag da schon, hab gequaddert. Noch keiner. Park ist aber auch nix los grade. Naja, komm, rennen wir rein, wa? Ja. Keiner dort. Ja, ja. Denk ich mir. Bei 23 Spielern, das wird mehr. Ja. Na, lass mal beantworten. Ja. Vielleicht kommt jemand, der ans Bazo geht. Wenn's Wetter besser wird, dann würde ich aufs HTO gehen und snipern. Oder aufs Godmode gehen und snipern. Oder der Museumstower. Da oben auf der Rampe ist keiner, oder? Ist kein Typ, oder? Warte. Weil er loopt irgendwas ganz leicht hervor. Ich glaub, das sind die bewegenden Texturen von Never. Oh, da unten ist einer. Da kommt zu uns. Ecto. Der ist bei uns? Ja. Ich torte dich nochmal. Ist der bei uns in der Gruppe schon drin? Ja. Ah, okay. Lopez hat der. Wir können zum Loot-Drop gehen. Ich habe gerade gefragt, ob Hacker da sind. Ich gehe ein paar Päckchen suchen für WTO. Dann können wir auch gleich losgehen. Boah, da ist mega viel für RTO. Ach ja. Boah, da ist mega viel für RTO. Okay. Nope. Nach WTO. Päckchen nach fucking WTO. Hörst du wieder deinen Ding? Das sind zwei Spieler. Boah, Alter. Nur RTO-Päckchen hier. Gar nicht. Da sind zwei Spieler bei mir. Weißt du, manchmal öfter denke ich mir, dass du einen richtig geilen Dachschaden hast. Und dann muss ich lachen, weil ich den lustig finde. Na was denn los, bitches? Trauen sich nicht. Ja, das sind vier Stück. Ja, das sind vier Stück. Der Hände hat einen TFC. Vier Stück für RTO sind da. Wir könnten auch nach RTO gehen und dann halt nach WTO, von RTO nach WTO Päckchen ziehen. Ich will die Spieler töten. Ja, die kannst du auf dem Weg töten. Dann nehme ich mal RTO-Päckchen mit. Ja Leute, das was ich eben gemacht habe, ist ganz normaler Spiel-Content. Komm schon, heb die Kacke auf. Ah, Server ist abgeschmiert. Ne. Ah ne, doch nicht. Noch nicht. Ah, ich habe gerade irgendwie ein Problem. Komm, heb das Päckchen auf. Geht doch. Meine Ausdauer daran leidet, hey. Muss ich mir gleich neue Bromax kaufen. Hier ist ein WTO-Päckchen. Hier ist ein WTO-Päckchen. Da hab's aufgehoben. So. Also ich habe jetzt drei für RTO und eins für WTO. Ich wollte noch was mitnehmen. Bromax. Ah, geht nicht. Geil gut. Ah, wo stehst denn du? Ich bin ausgelockt, Abwechser. Also geh mal RTO. Also Norwescher. Nehme ich noch ein paar Päckchen mit Wach. Wo ist der Wixsatz hin? Wo ist der Wixsatz hin? Neh. Auf der anderen Seite. Hm? Was schreibt da? Oh leider 26. Bald bin ich endlich full level. Ah, Ektro will mit in den Tests. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich alles. Ja, um Daten zu geben oder nicht? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Hm. Mit Lennahammu. Mit Lennahammu isst. Hallo. Hallo. Hallo Du hast mir mal deine Steam-Daten in irgendein Twitch geschickt Ach so, von Remarker wahrscheinlich Bei mir? Ja, bei mir im Stream Okay So, wieder da Musst du kurz noch Sound anpassen Blue, bist du bei uns auf dem Server? Ich komme jetzt, ja, aber ich bin nach Level 1 Ich bin direkt gestorben Oh, okay Ja, wir wollten eh ein Päckchen ausliefern, können wir dir ein paar geben Wohl Kommt Ecto im TS-Thema rüber langsam? Ah Ah, jetzt ist er Hallo Kann nur Englisch Ach so, hi Hat sich wenig geändert in meiner Art Ich weiß nicht, ob es so ist Ich glaube eh Ja doch, da steht Ecto Hey Hey So geil, die Aufnahme bricht dauernd ab, wenn ich eh never minimiere Ich bin hier ein paar Crawler, ich muss noch eh, minimal leveln Geht ein Scherzer? Ist du da? Ja, ist mir nicht Na, 100 Leben verloren, trinke ich ne Flasche Wasser Ja, kann nicht mit dem Chat reden Ja, kann nicht mit dem Chat reden Hihi Hopp Äh, mich schießt irgendjemand an Welchen Server seid ihr? Äh, Laclaas, mich schießt grad irgendjemand an, ne? Sucht ihn schon HtO, oben HtO ist einer drauf Ah, er ist in der In der Berlin Ja, Heizdauer Äh, Blue bist du da Ach so, ähm, mach mal kurz Hast du ne Crew? Violin Preacher, ja ich hab ne Crew dabei Danke Komm mal her Come on here Komm mal her Äh, da ist einer Nightmare ist da Komm mal her Warum schließt denn du? Ja hinten Der Ball hat mich ja die ganze Zeit ab Ja, na komm jetzt her Der ist voll unfreundlich Der hat uns mit dem Risley Der Ball hat mich mit der Crew ab So, ne hier guck Guck mal hier hinten siehst du das Holzding Die Holztreppen, ne? Ja Geh dort mal ganz hoch Geh ganz hinten von dem Haus Dann warst du unprotected Legst du dich hin und guckst aus das Holzding Kannst ihn abknallen Ok, ja, ich glaub der kommt mir noch zu Oh, schau, äh Is someone, äh, following him? Yeah I'm going in a building and I'm shooting him Anna ist da unten Ja, Nightmare Ich seh den grad nicht Do I have to shoot him? Äh, I want to shoot him Äh, I, 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 I shoot him I shoot him Yes Wow, ich seh den, ich hab keinen Bock dass er He's dead Yes, nice Lol Toll Achso, den, den, den unten hast du gekillt Ja Ja Ja, ähm Der oben ist halt noch da, aber Welche Fäckchen habt ihr? Ich weiß nicht, dass der mich nicht abschießt, dass wenn ich grad hier so Ja, der hat die Gun oder was? Ja Der Rapp Ja, ich kann ihn get Ja, er hat eine Rapp Der oben Boah, der guckt mich Boah, der guckt mich Der guckt mich Äh, ja, warte mal Welche Fäckchen habt ihr genommen? Äh, ich hab jetzt RTU genommen Do you need a medic or something? Äh, no Ja, can you pick up the mission bike bike? Boah, I got money here Do you see him? On the high tower? War leid gar nicht, dass der da ist Ist er dort? Ich seh den nicht Ne, ich seh den nicht Wann hab ich denn getötet eigentlich? Ne, der, der der oben war, der ist, der lebt ja noch Wo ist denn der? Auf der Rampe oder was? Der war auf der Rampe, aber der ist irgendwie weggegangen Er denkt bestimmt, dass wir jetzt hochkommen Ja, das kann natürlich sein, aber wären wir zu viele Wir machen den eben, äh, easy weg Alter, Nightmare hat bestimmt zu dem gehört Ja, hast du den gelootet, ne? Ah, der hat ne RAP gehabt, wie gut die RAP schießt, Alter Ich sag die ganze Zeit, Alter, hey, ist gar nicht klar Wie gut die RAP schießt, ich dachte, die wär voll scheiße Ist grad jemand noch ne Amber? Ja, das bin ich Wir sind da oben Dort oben Achso, äh Da zoomst du hoch, oder was? Ne, aber ich bin grad fünf Zentimeter von meinem Bildschirm Da seh ich keinen Pixel Ich glaub, da guckt der grad hervor, oder? Sieht so aus, oder? Ja, sieht irgendwie so aus Das kann auch so ne Pixel-Shit sein Na, und wer da dran ist? Na, und wer da dran ist? Da wär schon weg Ja Boah, ich bin dann halt echt fünf Zentimeter von meinem Bildschirm Und versuch die Pixel irgendwie zu entziffern Das war echt Glück von Nightmare Nightmare hat uns auch verlassen Ja? Ja Ja, dann wird der wohl weg sein Ja, wir können doch nochmal hochgehen, wenn du willst Äh, keinen Bock die ganzen Etagen abzugucken Ja, aber das ist perfekt Ja, gut Gut, gehen wir, äh, Riverside Ja Ja, da geht es Äh, wir machen Package zu Riverside, Westview und, äh, dann äh, Wasteland Okay Ja Ja, da geht es Oh Ja, ich kann nicht mit, äh, nicht mehr Ja, da geht es Ich kann nicht mit Ich habe mit Ich habe mit Ähm, jetzt 70 Ja, ich hab die aufgenommen, ich hab auch zu viel Ja, ich bin 130 schwer, äh 130 zu, äh, ich weiß nicht wie viel 134 zu 60 oder sowas Ah, I got it Great Thanks Thanks Who was the guy, who was the guy, who is coming? Okay, Hildrau oder sowas Da ist Blue Hallo 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 Ich hab nur ne Pipesniper Äh, ich hab Päckchen, also ich kann die Päckchen auch, äh, erst in, ähm, in RTO geben, wenn du willst Je nachdem, ich hab jetzt halt, äh, drei Päckchen Ich hab vier Drei RTO-Päckchen, zwei WTO-Päckchen Ich hab vier RTO Alles klar, haja, nice Ja Ich hab vorne so'n Spieler auch Hast du noch irgendwelche Päckchen irgendwo rumliegen, dann guck ich nochmal nach Weiß nicht, ich glaub ich hab keine gesehen Ja, dann Gehen wir zum In unsere Richtung Gehen wir zum Südausgang Ja Ja Do someone need, äh, ammo Or not? Ähm, no No, thank you At the moment not Some Bromaxes, maybe 10 Bromaxes Yes Yes Um, I can't buy them, because I'm too heavy I got 135 LBS Just drop them, there are no players here Do I have some too? Yes Ah Ah Diese Geier Freunde Bei mir öffnet sich die ganze Zeit das, äh Ah, hab sie I got them First time on, äh, chamo Nimmst du die anderen? Hä? Ah, da ist ein, ein C, irgendwas da Guck weg Thanks Du darfst nicht Got it I got it Was willst du? Zwei Bambis hier, einmal der Typ vor uns und, äh Du? Yes Aus der Katana? Ich? Ja, hab ich Ja, gern Ja, was? You want some? Aber ich muss halt... Ja, weggehen hier Alright You need, äh... Wormaxes Aufgehoben What? Okay Okay Nice Seid ihr aufs Bambi? Ja, noch einen Gleiter Hab ich einen Gleiter, hab ich Der Pipe Sniper braucht ACP noch Ja Den zwei nur 10 Schuss, aber hab schon den anderen aufgehört Ja, das reicht Douglas, you want a Crucial What? Okay Do you want a Crucial? Oh We already got 10 of them Okay So, we are going to Riverside, Packages Ich hab noch Pakete für RTO 2, aber ich weiß nicht Ja, ich hab auch noch welche, also 3 Ähm, Ecto, do you want one or two Packages? For... For RTO... For RTO Packages? Yep One for Packages Oh, no, no I don't need Okay You're... you have a... I have two... 200k money Ah, okay Haha Ja, das heißt er ist nicht gestorben Nice one Nein MTO Billig, wollen wir nicht Uh, hier sind noch welche VTO MTO 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 Das dauert 5 minuten Aber MTO stinkt Ne, so dringend brauche ich die Level persönlich nicht, also ich bin da Level 26 Aber Blue Ja, Blue sollen wir die Geleitschutz geben oder wenn wir dann Riverside geben, dann gebe ich da auch zwei Päckchen dafür oder sowas Ne, das passt schon, wir gehen mal Riverside, abzüglich kann schnell laufen Ja Vielleicht auch schon Da ist ja eh dann... Ja Ja Wie Päckchen habt ihr denn jetzt für Riverside? Ja, ich hab vier, da krieg ich schon einige Level Passt schon Ich hab jetzt drei für Riverside und drei für WTO Oh, naja Wie viele Leute sind drauf? 16 Wird keiner im Weg rumstehen Türken Oh, lol Muster Dann kann da ja gar nicht hier irgendwie auf die Gelen... auf die... auf die... auf die... auf die Kölnchen draufgehen Naja, kannst noch von Basso aus drauf fliegen Langweilig All here Where's Hector? Hector, where are you? He's coming Ok Ja, ab und zu musste ich den Joke auch mal bringen Pfff... Kann ich dich mal bringen, wenn du unprotected bist? Ne, aber... Ich will dich wissen, wie oft du mich schon abgeballert hast, als ich protected war Heißt, auf einmal kam Schüsse Oh, ich erschüsse Ja, das bin ich He, standard Sowas, sowas ist La Class Style Ich kann's doch auch auf die... auf die vornehme Methode machen, einmal mit der Crew auf dich ballern Triffst du doch noch gar nicht Ungefähr so Ungefähr so Doch, ich vertriffst du voll, Alter Wollen wir los machen? So ist passiert, wenn man zu viel Money hat Geh mal los Jo Oh, go to RTO Oh Die hat ihn... äh... Entlang geleitet Kommt ihr? Hm... Ich bin mal wieder an vorderster Front Ich weiß genau wieso La Class nach vorne rennt Jedes Mal dasselbe Warum? Oh, da ist ein Spieler Wo ist sie? Äh, nein, nein, es gibt niemanden Ähm, ich habe nur... ähm... Ich habe nur gesagt, ähm... Ich weiß, warum La Class immer vorne läuft Weil, äh, wenn es Spieler gibt... Ah, er will sie töten Erst Ich auch Oh Oh Kam auf einmal was Äh, schießt einer von euch? Ja Ja Okay, ich schieße auch mal Nice shot Äh, ist der von euch? Ja Ah, der Schreier ist von uns Jetzt nicht mehr Mein Haustier... Hm Was ist denn das für eine Sprache im Chat? Turkish Boah, ah ok Boah, schön weißt I didn't, I didn't do anything, you killed me for the second time in 4 minutes Ups, das war ich, ich habe aus Versehen auf dem Ausdruck gedrückt Oh Äh... Framelag oder irgendwie sowas Framelag oder irgendwie sowas Heute... Da... Ist einfach... Ein wenig komisch Ist das ein Spieler Crawler? Da... Ja... 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 Oh... Ja... Nice... Finde ich aber voll gut Der hat Vor- und Nachteile Andere Spieler sehen uns nicht und wir sehen halt andere Spieler nicht Ich habe mich gerade so überlegt, so ein Spielerradar wäre ziemlich geil Aber dann wäre es auch irgendwie cheatig, wenn man den kaufen könnte oder so Kann man doch ESP Was für ein Ding? ESP, ich bin Warnec, siehst jeden Spieler Achso, ja, aber ich meine ein In-Game, ein kleines In-Game Radar Dann wäre es ja kein Terrival spielen oder? Ja, stimmt auch wieder Das wäre ja sinnlos Wo ist denn der Blue Trader? Bin ich da gerade vorbeigelaufen? Der ist oben Der ist oben Ah, da Ja, ich habe noch zwei Pakete Ich mache zu wenig Packages dafür, dass ich das nicht weiß Was? Ne, das ist eh WTO Warum habe ich denn ein WTO mit? Ja, aber wenn wir jetzt gleich auf WTO gehen Ja, ich habe ein RTO noch könnte abgeben Mach du, ich bin Level 31 Ich auch Ne, ich meine Blue Ich bin irgendwas mit die 20 WTO, deinem ist WTO-Päckchen Ich kaufe erst mal einen Hebe die Kacke auf, komm Ja Also ich meine mich Zerboros hat mir eine Group Invite gesendet Zerboros Nehm mal an, guck mal, wo der ist Ich lade ihn zu uns ein Zerboros, ich habe schon was anderes verstanden Basti, weißt du, will hier schon den Arm Björn töten, ne? Irgendwas, ich habe Servos verstanden oder so'n Scheiß Servos Ja, gut Der Zerboros ist noch nicht gespawnt Ja, der kann ja auch den Ding noch gar nicht, äh Wissen, wo wir sind Ja, willst du dir mal kurz, äh, sagen, dass wir im TS sind? Kannst du doch aussagen Ich bin aber zu faul, da bricht die Aufnahme immer ab Tja, das passiert Kannst ihn ja auch einfach hier fragen, ob er überhaupt im TS gehen will Ja, gut Ja, der ist, der sieht den Chat ja noch nicht Der schreibt schon Der wird schon nach dem TS Freuen wir noch Ich helfe Ja, hat er mir eben geschrieben, komm